Dann aber alle. Kommt hier. Keine Liebe jetzt. Komm. Keine Liebe jetzt. So, okay. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Scoppy Bobby, guck mal. Dieser Bär, der gehört eigentlich der Katze. Aber vielleicht gehört er bald dir. So. Scoppy, jetzt will ich aber nichts mehr hören. Jetzt ist aber Lachen angesagt. Hallo, ich gehe auf A. Chillig. Ja, also der B. Locki. I'm coming. Ich komm. Oh mein Gott. Ich hab die letzten paar Tage, obwohl gestern ging's, aber sonst ein ganz fürchterliches Momentum. Banane kommt. Die 13 steht für die maximale Anzahl an Kills, die er macht. Ghost Rider, das ist ganz schön. Ist einer close? Schief was? Er kommt. Er hat einen Headshot. Ist noch ein. Den hab ich gelegt. Den hab ich ge... Moment mal. Ich hab hier eine Candy Apple Mac 10. Wie sieht's damit aus? Shimmy, bitteschön. Banane 2 da. Äh, einer. Noch einer, noch einer. Ist weg. Einer ist noch vor... Äh, ja, genau, bei der Brücke ist die Bombe. Nice. Easy peasy. Wisst ihr, die ersten drei Runden sind die wichtigsten. Da kann ich nur wieder festhalten. Alexa und ich, wir sind ganz schön am Carry, ne? Später halt noch krasser. Ihr seid alle gespannt. Klar, das ist jetzt ein bisschen wie 99 Damage, nur halt schwieriger, das ist klar. Aber keine Sorge, die hustle ich euch easy hin. Jo, bitte. Ich weiß nicht, ob da auf einer getroffen ist. Nice, Bommedon bei uns. Einer weg. Oh, Loki. Wenn wir mal ein Fan treffen machen, dann bringe ich einen Bären mit für Skorpione. Okay? Ach gut. Barrel! Barrel, vielen, vielen Dank für dein Horst. Dankeschön. Barrel, wir sind gerade am Hustle. Mit Alexa. Und ich hoffe, wir verlieren nicht. Es läuft gerade. Im anderen Spiel konnte ich gar nichts. Andere Leute werden zum Fantreffen was mitgebracht. Du verschenkst was. Die Aminations. Oh no. Unbondely. Oh, ich tüpfte raus. Ach, schade Schokolade. Oh, könnte B werden. So ein Fantreffen. Auf jeden Fall. Weil es ja wirklich... Ich meine, das soll dann natürlich nicht das Einzige sein. Ich denke, dass es richtig cool wird, wenn wir da zusammen was machen. Was soll ich es mocken? T? T-Press. Das geht. Jo, okay. Zwei Smokes auf einmal. Nein, 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 nein. Die haben wir komplett verarscht mit dem Move. Nee, oben Balkany. Hinter euch Balkany. Der Sack, wie ist denn der jetzt da? Was hat der gemacht? Soll ich dir da eine Kartoffelwasch mitbringen? Ah, mindestens, Annie. Mindestens. Die wissen jetzt, wo du stehst. Lex, das folgen durchblick. Die haben verschiebt, so. Die haben euch verschiebt. Oh, shit. Was, fuck, fuck. Oh, no. Einer Banane hinter mir, okay. Du schaffst das. Oh, die sind doch komplett durchgepreischt, die Boys. Oh, fuck, das ist moll draußen. Einer second mit. Einer geht long. Ich bin da. Einer gleich. Bombe down. Let's tap it, Bombe is down. Der muss erst an die Bombe. Warte kurz, abpöpel. Nice. Nimm bitte eine Arca mit aufs Spot. What's up? Wow. Könnte B werden. Zwei Flash. Wir sind beide blood-weiß. Die Call. Oh Gott, alle, alle. Da sind alle. Einer hat noch vier AP. Vier, vier, vier. Bist du, das ist so ein Moment, wenn du das richtige Momentum hast und wartest kurz. Überleg mal, wir hatten alle Pistolen. Und ich gehe einfach rein und opfere mich komplett. Boah, schön. Braucht ein kleines Drip? Ich kann liegen. Danke. Dann muss ich halt jetzt die SD nehmen und reinhasseln. Ich verstehe schon. Ist in Ordnung, G-Force. Behalte sie. Ist gut, ist gut, G-Force. Ist alles cool. Ich bin fast gar nicht böse. Sehr schön. Let's have second mid. Mit Bombe. Er kippt mir den One-Click. Was ist los, oder was? Ja, stimmt. Das würde mich mal interessieren, was bei denen mit den Ranks los ist. Ich merke auf jeden Fall, dass ich mal wieder öfter CS-Socken muss, ey. Ja, dann merke ich ja. Zwei vor B. Mindestens zwei. B scheint sich geklärt zu haben. Ja, genau, G-Force. Geht mal hoch. Wir haben den Smoke. Klappen. Shot down. Noch 150 AP. Schnell. Hat man ein Nate? Okay. Ich hoffe, der trifft. Wo? Ach, scheiße. Ich dachte, da hinten. Fuck, okay. Das war fail. Ah. Fuck. Ich habe den so schön noch weggesprayt. Muss ich ehrlich sagen. Ja? Also, Eigenlob in allen Ehren. Oh, Leute. B ist allein. B ist offen. Lass den Gegnern doch wenigstens eine Chance. Bist sozial. Was laberst so? Oh, die steppen, die steppen. Eine AWP hinten auf B drauf. Left side. Hat einen Headshot, hat einen Headshot. Nice. Einer left, einer right. Oh, schön. Einer, einer. Let's take one. Let's take one. Let's take one. Ist weg. Nein. Mach du, mach du, mach du. Ja, ich höre die. Ich höre die. Ich höre die. Wie Hühnchen töten, bist du verregt? Ah. Ja, sorry. Ich war wieder am schmeißen. Alles gut. Ja, ich komme wieder. Ich wollte ihn so Headshotten die ganze Zeit, weißt du, anstatt auf seinen Körper zu gehen. Nein. Ja, bei T holen wir es jetzt eh zu null. Logi. Ich hab mich so ein bisschen angestrengt, als du nicht hingeguckt hast. Da ist einer right side. Runter, runter, runter. Und einer uns vorne. Ich lauch bin eingeschlafen. Franz. Oh, wie close. Ich hätte da sowas von Schiss. Wenn ich so close um die Ecke gehe, steht einer auf einmal links von mir und klatscht mich. Gehen wir A oder B? Machst du mal B versuchen. Ich höre mich nochmal ein, ey. Achtung, Achtung, Achtung. Geh, dann aber alle. Kommt hier. Wir machen Liebe, okay? Keine Liebe, der jetzt kommt. Keine Liebe jetzt. Ich gehe vor, okay. Ich mache First Peak und ihr klatscht dann alles. 3, 2, 1, go. Hinten im Eck, rechts. Einer City. Auf den Plant, auf den Plant. Nice. Kannst du planten, Purple? Sehr schön. Weg, City ist weg. Ich glaube, der hat einen Hit. Vielleicht. Warte, warte, AWP. Lass die Blub. Wir haben mehr. No. Ist ja noch einer. Ah, jo. Krass. Ich will immer auf Vorsicht spielen. Ihr hustlet einfach rein. Was ist denn los? Der hat Fressilion. Schäden's Fressbrett. Einer Balkone. Ist, ähm. Er kommt jetzt echt. Jetzt, wo ich nicht mehr gucke. Du kleiner D***. Sag du F***. Er ist down in der Parts. Dankeschön, dankeschön. Hab ich gebankt. Schön planten. Hier, grün durch die Bombe. Ich molle die Ruine. Grün kommst du. Ah, ich lege, ich lege, ich lege. Oder legst du Orange? Ich gucke City. Ich smoke City. Schön. Bring die down. Äh, ich mein City down. Ich bin mit der Bombe. Der geht zurück. Ich bin mit der Bombe. Bis dahin. Ich gucke dann. Ich bring die mit. Jetzt verliert mal bitte schnell. Ich brauch meine Bubble. Du musst Krankenhaus rechnen. Du bist da halt. Ach, die Lexa. Lexa ist am Stissel und ziemlich am Hasseln. Es ist ein reines Wunder, dass ich ganz oben stehe. Leute, das ist wirklich ein... Dieser Tag geht in die Annalen der Geschichte ein. Sie will über mich. Oh nein. Das können sie doch nicht machen. Nice. Mann, warum bin ich immer das Opfer? Normalerweise bin ich das immer. Habt ihr gedroppt? Ja, ne? Dankeschön. So, ihr müsst Lexa carryen. Ich hab gesherzt, dass ich sie vielleicht carryen kann. Mein Carry-Service ist am Start. Ich weiß auch nicht. Ich bin einfach gerade beflügelt. Das Momentum stimmt gerade zu 100%. Keine blöden Movement-Fails, dass ich mir irgendwie in den Arsch greife, während ich in Angriff gehe oder so. Was mir recht oft passiert. Danke für die Verfolgung, Musti. Ich geh vor auf B. Okay, Achtung. Okay, okay, okay. Okay, okay. Oh, nein, sie hat noch gar nicht. Oh, nein, zieht hier noch einer, zieht hier noch einer. Lau braucht Hilfe, ganz dringend. Oh, nee, Mann. Alles cool, Jimmy macht das. Zu viel Red Bull. Ich bin heute so down wie noch nie. Nicht wie noch nie, aber ich bin saumüde. Ich musste früh aufstehen, den ganzen Tag gearbeitet und bin echt froh, später ins Bett fallen zu können. Und trotzdem, auf einmal läuft's voll. Wir haben gerade eben ein Spiel gemacht auf niedrigeren Rängen, da konnte ich nichts machen. Alles cool, das holen wir noch. Das holen wir noch. Ich meine, wir sind ja eh dick im Vorsprung und sowas. Das ist alles cool. Reicht ja, wenn wir gewinnen, Chiefers. Du hast dir dein Momentum aufbewahrt. Ich hab mir das aufbewahrt, scheinbar, ja. Ich hab vorhin so blödes Zeug gemacht. Mitte ist aber offen hinter uns. In der Mitte könnte was kommen. Wollen wir zurück auf alles mal? Können wir machen, ja. Schnell, aber schnell. Okay. Mist. Okay, vielleicht müssen wir langsam spielen. Erstmal ein bisschen ab-aimen. Sollen wir sogar eine Eco machen vielleicht? Also, dann könnten wir nochmal schnell machen mit einer Eco. Irgendwo draufdudeln. Stabil, dass du heute trotzdem noch streamst und nicht sagst, Hey, bin down, mi, mi, mi. Nö, nö, ich streamle eigentlich immer. Nur bin ich halt im Stream dann down und sag, Leute, ich bin müde. Okay, okay. Also, das mach ich. Ich quengel dann auch, aber im Stream halt. Oh, nein. Nice, sehr schön. Weiter, weiter. Long ist auch down. B, schafft ihr. Schaden. Long ist einer. Ist ange-iop'd. Ach, und der ist mollied. Boys, die Flash war echt haarig. Long. Was ich den am- Ist der down? Oh, nein. Oh, hinter uns. Ich fass es nicht. Nja, der kam zu schnell. Vielleicht war das sogar der, der ganz, ganz hinten war, der vorhin da bei T irgendwo rumgepusht ist. Wir dürfen nicht verlieren. Oh, die smoken uns, die smoken uns. Sage mal, das gibt's doch gar nicht. Also, vielleicht haben wir hier ein paar Hundeböcke, die jetzt tatsächlich am Stream snipen sind. Die dreckigen Verlierer. Incoming. Ja, schön auf, dann schön auf A, volle Pulle. Mit allem, was wir haben. Na, der hat einen Hit. Dann mach ich mich halt mal über die Map. Das gibt's doch nicht, oder? Das, wie? Was für ein Untermensch muss man sein, um, um Stream zu snipen? Hä? Das gibt's doch gar nicht. Hab doch angesagt. Easy, CT, Comeback. Ja, aber unverdient. Wir hätten ja schon längst gewonnen. Aber die Kacknoobs sind ja im Stream und glatzen zu. Okay, dann lasst abwarten. Schön hinten decken, dass nichts kommt, ne? Es sollten am besten zwei hinten decken. Schiemen, lass mal die Bombe da. Sehr schön. Okay. Ich hab CT gesmoged. Lass durchgehen. Ich renn durch mit der Bombe. Go. Kommt, Junge. Ich check hinten. Okay. Ich geh auf den Plant. Covert ihr mich? Covert ihr mich, bitte? Ich plante. Der sieht mich, der sieht mich. Der ist hinten. Sehr schön. Ich hätt warten sollen oder selbst erstmal abdecken sollen und eben nicht auf den Plant gehen. Ich weiß. War meine Schuld. Sehe auch. Jetzt kommt er wieder nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Und schon wissen die Hundekinder nicht mehr, wo wir sind, falls sie Stream snipen. AWP ist down on Spot B. Schön drauf, schön drauf. Ich geh direkt CT. Und go, 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 go. CT ist down. Jetzt werde ich schon wieder geflasht. Noch einer CT. Sehr schön, sehr schön. Aber das meine ich. Ich hab das Momentum des Grauens. Ich werde geflasht und kann ihn aber trotzdem noch nutzen, weil er gerade irgendwas an seiner Waffe rumspielt. Ich bin jetzt gerade der, der endlich profitiert von dem Pech der anderen. Sehr schön. Immerhin schon mal the draw. Immer shape landed. So sieht's aus. Also falls sie gestream sniped haben, würde das ja gerade passen. Ich mach mein Gesicht davor und auf einmal läuft's wieder für uns. Aber wir haben auch stark gespielt. Wir haben schöne Ghosts gemacht und so. Ich mach dann hinten zu. Ich komm zu euch. Ich komm zu euch. Noch eine Smoke? Ich mach hinten. Ich mach wieder hinten. Die haben doch nicht im Ernst Pistols gekauft. Sind die bescheuert? Sehr schön. Leute. Na, die Lexte ist vor mir. Wie du einfach vor mir bist. Es lief echt. War ein schönes Spiel. Leute, sehr, sehr schönes Spiel. Hat echt Spaß gemacht. – Parker. Parker. напис